Was ist Familie? Familie kann aus Eltern und Kindern bestehen. Die Eltern müssen nicht verheiratet sein. In einer Familie müssen auch keine Kinder leben, damit es eine Familie ist. Du bestimmst, wer zu deiner Familie gehört. Leider gibt es eine Menge Gesetze und Vorschriften, die bestimmen, wer heiraten darf oder wie viel Geld Familien zur Unterstützung bekommen. Eine Enquete-Kommission in NRW sollte Lösungen dazu ausarbeiten. Aber was ist eigentlich eine Enquete-Kommission? Das ist eine Arbeitsgruppe, welche von einem Parlament gegründet wird. In unserem Fall im Landtag von NRW. Die Arbeitsgruppe besteht aus den Fraktionen, welche im Landtag sind. Jede Fraktion hat einen Wissenschaftler, der sie berät. In der Kommission zur Zukunft der Familienpolitik haben wir uns mit den Problemen der Familien beschäftigt. Viele Familien in NRW sagen, dass sie zu wenig Geld und Zeit haben. Tatsächlich besitzen in Deutschland die obersten 10% der Bevölkerung fast 60% des gesamten Vermögens. Auch die Einkommen und Chancen auf einen Arbeitsplatz mit angemessener Bezahlung sind in Deutschland ungleich verteilt. Daher fordert die Piratenfraktion ein bedingungsloses Grundeinkommen. Bei Einführung eines Grundeinkommens bekommt jeder Bürger monatlich einen Betrag ausgezahlt. Andere Leistungen wie das Arbeitslosengeld, Rente und Hartz IV entfallen dadurch. Menschen, die viel Geld verdienen, können über Steuerabgaben das BGE mitfinanzieren. Wenn den Menschen ein monatlicher Unterhalt durch das BGE gesichert ist, können Erwachsene die gewonnene Zeit für ihre Familie verwenden. Das ist eine Familienpolitik der Zukunft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017